Hallo Leute, und willkommen zurück zu Let's Play diesen Demo-World-Continue-Scheiß hier. Wir sind jetzt in dem Level hier. Ich hab keine Ahnung, was jetzt auf uns zukommt. Ah. Aha. Ah, okay. Oh mein Gott. Das erinnert ein bisschen an... Oh Gott. SMB3. Boah, ihr heftigen Assis. Ihr heftigen Assis, okay. Was wollt ihr eigentlich? Okay. Sie wollen anscheinend, dass ich leide. Das kriegen sie auch relativ gut hin, hab ich das Gefühl. Ah, meine Fresse. Oh. Oh Gott. Nein. Nein. Okay. Wozu brauche ich das jetzt? Ich kann nirgendwo rein. Ihr seid so... Ihr... Seid solche Leute, die immer nur... Okay. Und wozu brauche ich das jetzt? Okay. Ich hab das Gefühl, hier oben geht's nicht weiter. Ja, ist echt so. Dann brauche ich den für irgendein... Boah, für was brauche ich den hier, Alter? Okay, es geht hier nach unten. Was befindet sich denn hier unten? Ja. Ja, toll. Okay. Da weiß ich schon mal. Ich sollte hier am besten den Weg machen. Ansonsten gibt's Probleme. Boah, ich hasse so langsam diese Rätseln-Labyrinthe, Alter. Die fucken ein bisschen heftig ab. Ist es jetzt gut? Ja, ihr seid so... Ihr seid so harte Fucker, ey. Wisst ihr es eigentlich? Weißt du, was du machen? Schlau. Ja. Ich wollte eigentlich hier drauf drücken. Und dann... den hier machen. So. Moment mal, wo bin ich jetzt rausgekommen? Hier? Kann nicht sein. Ach, dann heißt das... Okay. Dann heißt das... Ich muss... Da hin. Oh Gott. Ey, das Level ist so ein Abfuck. Ist es das Ziel? Bitte. Ey, bitte. Bitte. Nein, da geht's noch weiter runter. Ich Gott. Da ist ein P-Switch und ich glaube, den erreiche ich nur mit dem hier. Ja. Ist so. Ist so. Ich setze hier noch Slots, falls ich jetzt beide mitnehmen muss. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu assi. Da muss man... Da muss man auch wieder irgendwelche Kaizo-Scheiße mit den Fingern machen, um die beide mitzunehmen. Das will ich aber nicht. Deshalb. Jetzt muss ich wieder eine Stelle suchen, wo man einen P-Switch braucht. Boah, solche Level waren am Anfang cool, ja. Aber irgendwann fucken sie auch ab. Der Heck hat zu viele davon. Der ist doch nicht mehr so cool wie früher. Du bist doch nicht mehr so der Mensch. Lieber TLC. Du bist nicht mehr so. Du bist nicht mehr so. Du bist doch nicht mehr so geil wie früher, ne? Kleiner Arsch. Ja, ey. Fuck mich doch noch härter ab, als du schon sowieso tust. Ey. Ey. Sowas ist hier nichts. Ach so. Ich weiß wofür. Am Anfang waren doch ganz viele Blöcke. Och, wir müssen zurück zum Anfang. Okay, okay. Ich check das Level. Ich check das Level. Ich hab jetzt gefragt, wozu wir eigentlich den P-Switch brauchen. Und wir brauchen ihn für den Anfang. Wir müssen zurück zum Anfang. Da würde ich jetzt auch mal gerne hin, Kollege. Warum geht's denn da nicht rein? Ah, okay. Ah. Ah. Ich glaub, der Anfang war irgendwo hier oben, ja. Kann das sein? Oh Gott. Dieser Hack. Dieser Hack fuckt ab. Boah, Alter. Gott, mich bitte. Hier waren wir noch nicht. Ach, die bringen uns wieder zum Arsch der Welt, Alter. Ich will hier leider nicht hin. Kann ich da hoch? Bestimmt. Da muss ich irgendwie hoch. Ey, ich muss da hoch. So, ich probier jetzt noch mal sämtliche Röhren aus. Bin mir aber sicher, dass die mich... Die bringt mich an mein Ziel. Oder die? Ne, es war die andere. Die bringt mich jetzt... Auf jeden Fall bringt sie mich wieder nach oben. Das ist schon mal gut. War das hier? Ja, zwei. Och, die bringt mich doch nicht zu meinem Ziel. Alter, ich kotze die Wand an. Ich hätte noch eine Theorie. Und zwar... Was ich jetzt aber irgendwie nicht glaube. Ich probier's einfach mal aus. Und zwar, dass wir den hier aktivieren müssen und dann da hoch. Ne, ist falsch. Wir müssen den P-Switch mitnehmen. Und wir müssen irgendwie da hochkommen. Boah, wie scheiße. Ich kotze, Alter. Ich bin grad richtig hart am kotzen. Glaubt ihr mir nicht. Ist aber so. Was laber ich eigentlich? Boah, ich muss irgendwo schnell laufen können. Ich hab das Gefühl, ich muss irgendwo schnell laufen können. Wie soll ich das machen? Moment mal. Ne. Ne, ne, ne. Ich glaub nicht. Nein, okay. Nie. Ich muss da hoch. Das zu 100%. Jetzt nur die Frage, wie? Wie? Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Und ich glaub hier... Ja. Ja. Ja, Alter. Wir haben das Level auch zu... Oh, hier gibt's aber nochmal viele Münzen zu sammeln. Oh, ja. Nein, keine Scheiße bauen! Geh da durch! Ja! Oh, ich hab wieder so lange für das Level gebraucht, Alter. Ah, Gott. Ja, und dann bildet sich nämlich dieser Weg da. Der dann zum Geisterhaus geht. Und dann geht's. Das heißt, wir haben alles nochmal... Alles richtig regulär geschafft. Das Einzige, was wir noch nicht haben... Ist... Ich mach jetzt so... Hier, der zweite Secret Exit. Oh, und wir nehmen schon viel zu lange auf, Leute. Dann würd ich sagen, bis zum nächsten Part und ciao! 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 Vielen Dank.